Die Aufzeichnung läuft. Hallo alle zusammen, das ist total toll, dass ihr so spontan gekommen seid zu unserem super spontanen Einfall heute schon fast mittags, dass wir gesagt haben, Mensch, Luise, hey, hat ihren Körper verlassen, hat die Daseins-Ebene gewechselt und sie hat uns so viel beigetragen, denke ich mal, wir haben all ihre Bücher gelesen, ich habe die Affirmationen rauf und runter gehört, geschrieben, gesprochen. Wie eine Wahnsinnige und ihr blaues Büchlein war natürlich auch immer dabei und ich fand, es war eine beeindruckende Frau, die selber in Kindheit und Jugend ganz viele traumatische Erfahrungen gemacht hat, dann auch selber Krebs bekommen hat und irgendwann sich selber geheilt hat, indem sie erkannt hat, dass Körper, Geist und Seele eben eine Einheit sind und dass Selbstliebe eben der Schlüssel zur Heilung. Und zu ihrem Erfolg waren und es war schon bis jetzt, vor allen Dingen in den 80er und 90er Jahren war sie ja extrem populär und das hat sich aber bis jetzt ja gehalten und die Frau wäre jetzt fast 91 geworden, das ist unglaublich. Und vor kurzem einfach auch noch vor der Kamera und ja, beeindruckend. Wie sehr war sie ein Beitrag für so viele? Vielen Dank, Luise. Vielen Dank, Luise. Und was mich heute so berührt hat, war auch, ich meine, wenn das stimmt, aber es fühlt sich wahr an, dass sie wirklich in Schlaf gegangen ist. So, dass sie gewählt hat, dass sie gewählt hat, zu gehen, auf ihre Art. Und das war das, was mich heute so echt berührt hat, dass es Wahl ist. Also, wie du gesagt hast, sie ist eine von denen gewesen, die in der Neuzeit, sagen wir mal so, wieder erkannt hat, dass Körper, Geist, Seele oder wie immer wir das nennen wollen, dass es eine Einheit ist, dass unsere Körper nicht sind, das getrennt von uns ist, sondern, dass wir mit unserem Geist Einfluss haben auf unsere Körper und dass wir die Wahl haben, was wir damit tun. Und wir haben heute darüber geredet und wir sind auf das Thema Selbstliebe gekommen. Das war so prominent für uns beide, bei all den wunderbaren Dingen, die sie gemacht hat. Und ich muss sagen, ich war nicht so begeistert wie du von ihr. Ich habe eine Zeit lang ihre Sachen gelesen. Ich bin dann so ein bisschen ausgestiegen, als sie ganz fix begonnen hat, zu sagen, wenn dieses Symptom im Körper ist, dann ist es das. Weil es zu viel Schlussfolgerung für mich war. Aber sie war eine von den Frauen, die absolut die Realitäten verändert haben, die inspirierend waren, die gewusst haben, was sie sagen. Und was jetzt so kommt für mich, ist dieses Wissen, das sie hatte und wo sie absolut gewillt und bereit war, diesem Wissen zu folgen. Und einfach sie selbst war damit und daraus kreiert hat, was eine weltweite Bewegung wurde. So, und dafür bin ich extrem dankbar. Einfach, dass sie sie selbst war und damit eine Inspiration für so viel anderes war, was danach gekommen ist. So, also danke, Louise. Und ich weiß, dass die jetzt da ist. Das ist interessant. Und das Thema Selbstliebe haben wir uns heute ausgesucht für diesen In-Memoria-Zoom für Louise. So, überall dort, wo ihr zweifelt an euch, wo ihr funktioniert aus den Bewertungen anderer, die euch auferlegt wurden und ihr als real abgekauft habt. Wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umfehlen? Und ich würde das Ganze gerne mal öffnen, weil das ist hier echt ein Zoom für all die, die dankbar sind für Louise. So, vielleicht mag irgendwer sagen, was sie bei euch verändert hat oder was sie für euch ist. So, das ist wirklich in Memoria-Zoom für Louise. So, ich invite Sie, Sie zu erzählen, was für Sie verändert hat, was für Sie verändert hat, was sie durch sie verändert hat. Ich kann doch sagen. Guten Abend, Christine hier. Hört ihr mich? Ja. Ja, also was es für mich war, war wirklich dieses Buch Krankheit als Weg, wo ich schon oft mal irgendwelche Sachen gehabt habe, körperlich und in der Verbindung eben dann mit diesem Buch schon erkannt habe, ja klar, hat ja gepasst zur jeweiligen Situation. Ich meine, du sagst jetzt schon Schlussfolgerung, für mich war es eher nicht eine Schlussfolgerung, sondern für mich war es wirklich immer so treffend. Und das hat mir schon einiges geholfen, also das hat mir schon gut beigetragen. Wunderbar, danke. Also, bei mir war es so, für mich war es dann so ein richtiger Zugang zum Körper, dass der Körper richtig ist. Es war so eine Zeit, als ich sehr, sehr spirituell war, also mehr so ein bisschen abgehoben und es war dann so die Zeit, wo sie mich wirklich runtergeholt hat in den Körper. Oh, wow. Danke. Ja, genau. Das ist das, was wir doch alle so ein bisschen gespielt haben, dieses, wir sind einfach nur geistige Wesen und die Körper sind absolut unwichtig und nicht relevant und haben total vergessen, dass wir, wenn wir doch so spirituelle Wesen sind, dass wir natürlich auch unsere Körper kreiert haben, um hier zu sein. Und was machen wir mit diesen Körpern? Ja. Greg. Ja. So, was ist es, was Louise gibt für ihn? Sie hat mir tatsächlich gezeigt, dass ich eine Wahl habe. Sie hat mir gezeigt, dass alles in Bezug auf meinen Körper eine Wahl ist. Und dass ich meine Meinung nach ändern kann und etwas Neues finden kann. Und dass ich meine Gedanken verändern kann und etwas Neues leben kann. I've watched countless videos and interviews with Louise and I've had friends that have gone to big seminars with her. And you get the same sense that she's just as a person with an amazing sense of presence and being. Ich habe viele Videos mit ihr gesehen und ich hatte Freunde, die Seminare bei ihr besucht haben. Und was so auffällig war, ist, dass sie eine erstaunliche Präsenz hatte, eine erstaunliche Art des Seins. Und ich hatte einen Bekannten in Australien, der sie mal gehostet hat. Und der hat sie gefragt, so was müssen wir jetzt noch machen oder was musst du noch machen, bevor wir zu dem Meeting gehen, zu der Konferenz, zu dem Seminar. Und sie gab mir einen List of ein paar Dinge, die sie geplant hatte, und er sagte, dass wir zwei Bermänen mit einem Stein und das eine Art und diese Art und diese Art und das eine Art. Und ich verstehe, das zweite Mal. Und er sagte, wir könnten zwei Bermänen mit einem Stein und diese Art und diese Art und diese Art und diese Art und die Art. Und er sagte, dass wir beide Tests gemacht haben. Und sie wollte irgendwie ein Ritual machen, wo er zwei Vögel getötet hätte und um irgendwie ein Ritual zu machen bei diesem Seminar, sie hat nur gesagt, um Gottes Willen, warum soll ich die zwei Vögel töten? Und das war wohl ein Ausdruck in Australien, also ein Ausdruck für irgendetwas, aber sie hat ihm auch beigebracht, dass er seine Worte verändern kann für die Dinge, die er kreieren möchte. Das war wahrscheinlich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen und er hat gesagt, zwei Vögel mit einem Stein. Oh, okay, danke. So, I didn't get that. Okay, so the German expression would have been something else and Elan knew that. Cool. Ja, also er hat gesagt, zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen und das war ein Ausdruck, den sie nicht gut geheißen hat, weil Worte Energie haben und warum sollte man zwei Fliegen erschlagen. Danke, Elan. Ja, so, but basically she taught me even about the power of words and the power of the words that we think. Also tatsächlich hat sie uns die Macht der Worte beigebracht, die Macht dessen, was wir denken. Ja. Cool. Ja, und das hat mich selbst auch betroffen. Ja, ja. So, das ist diese Affirmationen, die sie gemacht hat, diese Macht der Worte. So, für mich waren diese Affirmationen einerseits absolut geistöffnend, auf der anderen Seite habe ich so verstanden, dass diese Affirmationen null und nichtig sind, wenn du es nicht bist. So, what I got with these affirmations, I love them, but I so got, you have to be them. It doesn't help to say the affirmations. No. Start being them. And this is where the energy of you comes in. Und das ist so da, wo die Energie von euch reinkommt. Die Energie zu sein, die Energie, der Raum, das Bewusstsein zu sein, nicht nur den Mund zu öffnen und etwas zu sagen. So, alles, was uns daran hindert, zu sein, was wir sagen, wonach wir fragen. Wollen wir das bitte jetzt verstanden, ok. Ich habe meine Pod & Parker sitting in Paris. Ja, aber wir, 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 wir forget und wir benutzen so, um, mindlessly. Even wenn wir sagen, oh, wie kann es denn noch besser werden? So viele Leute sagen, well, das ist, sie denken über was es, sie sagen, oder putting any energy into it. That's just a hollow, empty thought. Ja, so, wir vergessen, welche Macht Worte haben. Sogar wenn wir sagen, wie wird es noch besser als das? Wir vergessen, dass das nicht nur Worte sind, sondern dass wir auch die Energie dessen sein müssen. And it's, it's, it's all of that. It's like, they, she, Louise lived consciously. Honestly, she thought about everything she did and did everything with meaning and purpose. Ja, also das ist das, was Louise ausgemacht hat. Sie hat tatsächlich bewusst gelebt und hat alles gesagt, gedacht und getan mit einem Sinn und Zweck dahinter, mit Bewusstsein dahinter. Thank you, Greg. That was good. You're welcome. Ja, aber genau, das ist es nämlich, ja. Wir können alle Methoden verwenden, alles kann für uns funktionieren, aber wir müssen es tatsächlich mit Bewusstsein tun. Wann immer wir was nachklappern, wann immer wir den Mund aufmachen und die Dinge sagen, es ist Schall und Rauch, wenn wir es nicht sind. Und nicht nur das, es kann sogar genau das Gegenteil bewirken. Wenn ich ständig sage, ich liebe mich, dann kann ich genau das Gegenteil aktivieren, wenn ich es nicht mit Bewusstsein mache. Ja, genau. Danke, Blanca. Jetzt sind wir wieder zurück bei der Selbstliebe. Genau. So, ihr könnt tausend Tage in den Spiegel starren und euch selbst erzählen, dass ihr euch liebt. Wenn die Energie dahinter ist, ich hasse mich, dann wird alles das kreiert, was weiter dazu beiträgt, dass ihr euch Hassenswert macht. So, Blanca just said, you have, so even with the affirmations, when you say them and the energy is the opposite, you create the opposite. Ja. Absolut. Ja. Ja, I'm going to stay healthy and well, but I don't want cancer. You can say it skipped. You just said. I'm going to stay healthy, I don't want cancer. Ich will gesund bleiben, ich will keinen Krebs. And the fear of cancer creates cancer. Und die Furcht, also du kannst sagen, ich will gesund sein und ich will keinen Krebs haben. Aber die Furcht dahinter, dass du Krebs haben könntest, kreiert den Krebs. Die Furcht ist das Dominante, ist das Prominente, ist die Energie, die ihr seid, auf die das Universum antwortet. So überall, so welche Lügen, Erfindungen, Ansichten, Bewertungen und Agendas verwendet ihr, um die Mittelmäßigkeit, um die Vorherrschaft des Bösen, der Mittelmäßigkeit, der Korruption in euren Körpern und in euer Leben zu kreieren, wählt ihr. Alles, was das ist, mein Gott, Siegion, und wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umkriegen? Right, wrong, good, bad, pock und pat, oh, nein, boy, schoss und beyonds. Ja. So welcher Energieraumbewusstsein seid ihr wahrhaftig, dass ihr wählen könntet, um alles das zu kreieren? Und nachher fragt, alles, was euch das nicht erlaubt, mein Gott, Siegion, wollen wir das bitte jetzt zerstören und umkriegen? Right, wrong, good, bad, pock und pat, oh, nein, boy, schoss und beyonds. So welcher Energieraumbewusstsein können wir alle sagen, um die Worte zu sagen, wie wir meinen und zu meinen, was wir sagen? Alles, was das nicht erlaubt, mein Gott, Siegion, und wollen wir das bitte jetzt zerstören und umkriegen? Right, wrong, good, bad, pock und pat, oh, nein, boy, schoss und beyonds. And we, so the topic that we chose, Blanca and I was self-love. Und das Thema, das wir für heute Abend gewählt haben, ist das Thema Selbstliebe. And Blanca and I, we just chatted before that and asked ourselves, what the fuck is self-love? Wir haben kurz vorher noch, und ich, wir haben vorher noch kurz gechattet und haben uns gefragt, was zum Teufel ist eigentlich Selbstliebe? So, Greg, what is self-love? Well, for me, it's actually being willing to honor me and to do the things that my body asks of me and to put me first. So, also für mich, sagt Greg, ist es tatsächlich, meinen Körper wert zu schätzen und die Dinge zu wählen, die für mich und meinen Körper funktionieren und mich an oberste Stelle zu setzen. Und das ist das, ich habe, das ist so lustig jetzt, wenn er das sagt, ich habe die letzten Tage nur Sessions gehabt, wo ich den Leuten erzählt habe, dass sie sich on top of the list setzen sollen, an oberste Stelle ihrer Liste. Ich habe es in Clearing laufen lassen, wo es darum ging, sei die Königin in deinem eigenen Reich, was nichts anderes bedeutet, als tatsächlich zu wissen, zu sein, dass du diejenige bist, die an erster Stelle kommt für dich und die die Regeln macht. So alles, was euch nicht erlaubt, die Könige und Königinnen in eurem Reich zu sein. Wollt ihr das bitte jetzt zerstören und unkrieren? Right, wrong, good, bad, fucking, pot, oh, nine, boy, show, smash. What would it take for you to obey Queens and around the universes? Ja, sowas wird es für euch brauchen, alle Königinnen in euren eigenen Universen zu sein und Könige and Kings. Ja, ja. It's only really, it's about demanding it. Ja, und es geht wirklich darum, es einzufordern. Demanded of you and from others. Ja, es von euch einzufordern und es von anderen einzufordern. Und wir haben alle so gelernt, nichts einzufordern. And we all learned that we're not allowed to demand. So, was, wenn das alles eine Lüge wäre? Was, wenn nichts davon irgendeiner Realität entsprechen würde? Wenn nichts davon Bestand hätte, dass es uns nicht erlaubt ist, für uns zu fordern? So alles, was euch nicht erlaubt, wahrhaftig die Forderung, auf zwei Beinen zu sein, an euch und an alle anderen, damit ihr genährt werdet. Wolltet ihr das bitte jetzt zerstören und umkriegen? Right, wrong, good, bad, fucking, bad, oh, nein, boy, just me, on. Ja, und was könntet ihr alles sein, wenn ihr wahrhaftig ihr seid und genährt werden würdet von euch, vom Universum, von der Erde, von allem anderen um euch herum? Welche Macht könntet ihr sein auf diesem Planeten, die alle Realitäten verändert? Alles, was euch nicht erlaubt, das zu wissen, das wahrzunehmen, das zu sein und zu empfangen? Wolltet ihr das bitte jetzt zerstören und umkriegen? Right, wrong, good, bad, fucking, pod, oh, nein, boy, just me, on. It's cool, I'm a lucky fucking hockey. So, I'd like to open that up for questions. Ich würde das gerne jetzt für Fragen öffnen. Gibt es irgendjemanden, der was sagen oder fragen möchte dazu? Hello. Ingrid, we're hanging upside down again. Ingrid hängt wieder vom Kopf nach unten. Okay. Also, mir ist erst mal bewusst geworden, wie lange ich schon an dem Thema Selbstliebe dran bin, weil dieses erste Büchelchen von ihr habe ich, glaube ich, vor 35 Jahren mal an die Finger gekommen und das hatte, glaube ich, den Titel Liebe deinen Körper und da bin ich heute noch dran. Also, mir ging es irgendwie ähnlich wie dir. Ich habe diese Affirmationen gelesen und dann sagte mal so eine Stimme in mir drin, das stimmt doch alles gar nicht. Also, da ging es irgendwie darum, jedes Körperteil zu lieben. Ja, so what Claudia says, she's just recognizing that she's working on that issue on self-love for 35 years now since she read the first book and still it's not there. Ja, so was ist das, wenn man 35 Jahre verdammt noch mal versucht, sich selbst zu lieben und immer noch ist keine Liebe da. So what is that? You try to love yourself for 35 years and then you realize there's still no love for yourself. Oh, you mean? Ja, bist du, Carla. And, you know, we always talk about choice. Wir reden immer über Wahlen. Und Blanca said to me today, so how, that was also the title of the Zoom, right? Self-love and how the fuck to do that? Ja, so wie zum Teufel machen wir das und selber lieben? Das war der Titel von diesem Zoom heute auch. Alle wissen wir, dass wir uns selbst lieben sollten because we all know that we should love ourselves and still it's not happening und immer noch passiert es nicht. So was ist das? Was ist das? I would choose it every day. Wählen wir es jeden Tag. Also für mich ist das immer wieder so in den letzten Tagen, weil ich komme ja schon ganz gut nach vorne und schätze meine Fähigkeiten mehr und nehme mehr Raum ein und dann kommt eben immer wieder diese Angst oder diese Definition vom Ego. Ja. Aha. So Katrin sagt, sie ist wirklich gut, sie ist wirklich gut, sie ist wirklich gut, aber dann plötzlich kommt die Definition von der Ego. Und ich habe gesagt, huch, die Ego, what the fuck ist das? Ja, für dich, also die Selbstliebe drängt sich da irgend so was hoch, was schön ist und angenehm ist und irgendwie ist für mich so ein Ego ist irgendwie noch irgendwas Größeres. Also so empfinde ich das. Ist es irgendwie so, dass das Ego dir sagt, du darfst dich nicht lieben? Genau. So, die Ego ist telling her that she shouldn't love herself. So who the fuck is Ego? Und das Ego sagt ihr, dass sie sich nicht lieben darf. Also wer zum Teufel ist Ego? Ja, wobei nicht lieben, sondern nicht wichtig nehmen und vordrängeln und so wichtig machen und groß machen, so aufblähen. She defined love loving herself as making herself bigger and, you know, putting everyone else aside and like the negative connotations of that be yourself. Ja, sowas ist das. But what happens if you stop and realize that Ego is just another definition or label for the mind? So was, wenn du einfach anerkennen würdest, dass Ego nichts anderes als ein anderes Label, eine andere Definition für den Verstand ist. Das ist gut. Das ist gut, ne? Und der Verstand, wissen wir ja, ist das Ding, das mit den Gedanken gefüttert wird und den Emotionen. Es ist nicht das, was wir sind und was wir wissen. Der Verstand ist ein guter Diener, wenn wir ihn beherrschen, aber ein sehr schlechter Lehrmeister oder Meister. Ja, ja, und ich merke da auch gleich wieder väterliche Strömungen und so. Ja, ja. All den Scheiß, den wir abgekauft haben, ja? So alles, was euch daran hindert, ihr selbst zu sein, überall, wo ihr noch aus den Ansichten anderer, die euch Ego verkauft haben, funktionieren wollt, ihr das bitte jetzt loslassen, zerstören und quälen. Danke. Ja. 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 Entschuldigung, Petra Steinacker, wolltest du gleich was sagen? Du hattest Hand gehoben? Petra? 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 Ich sehe sie nicht mal. Nein. Und die Brigitte hebt jetzt auch ihre Hand. Brigitte? Ja, also ich habe gelernt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. und da habe ich immer so Probleme gehabt, wie sehr darf ich mich selbst lieben, wie sehr muss ich den Nächsten lieben. Ich kann nicht jeden lieben, also ich war da überfordert und das ist mir jetzt bei diesem Call wieder hochgekommen. klar, es sind Vergleiche, es sind Bewertungen, das ist schon klar, aber das sitzt so tief in mir, das wäre ich nicht so schnell los. So Brigitte ist talking about the Bible thing, love your next as you love yourself or something, I don't know the English words for it. Love your neighbor. Neighbor, okay. Love your neighbor. as you would love yourself. Ja, and she said, it's not easy and not possible to love every neighbor. No, you get in trouble. Da kriegst du keine Schwierigkeit, wenn du die ganzen Nachbarn lebst und deine ganzen Dichst. What that's really talking about is being in allowance. Aber da geht's doch tatsächlich darum, in Erlaubnis zu sein. And what it is also is we're so good in loving other people and honoring them and caring for them but not for us. Also für mich geht's bei diesem Spruch wirklich darum, dass wir uns selbst genauso wertschätzen wie andere, weil wir sind die von uns damit, andere wertzuschätzen und für sie zu sorgen und sie zu lieben. Ja, eigentlich. Es ist leichter, alle anderen zu lieben und dann mich nicht. Ja, es ist nur die Art der Definition der Liebe. Greg, du hast gesagt Wertschätzung, aber Liebe und Wertschätzung ist das das Gleiche? Nein. Ja, and it's also about the Definition of love, so is love the same as honoring in that sense? I mean, what is love? I mean, it's really, it's about honoring, nurturing, kindness, it's about gratitude, it's about allowance, it's all of the five elements of intimacy and more. Ja, so was ist Liebe eigentlich? Ihr wisst das alle, ihr kennt die fünf Elemente der Intimität by access, ja, es ist das Wertschätzen, es ist die Erlaubnis für andere, es ist die Verletzlichkeit, das Vertrauen und die Dankbarkeit. Ja, aber mit fremden Menschen tue ich mir ein bisschen schwer. Mit Menschen, die ich kenne, okay, aber mit fremden Menschen, oder ist das dieses ohne Vorbehalte sein, oder wie würdest du es definieren, wie würdest du es erklären? Oh, it's kind of difficult with strangers, I mean, people I know, I can be grateful for and honoring, but not with everyone, it's just like, people are strange. But what if it's just like the strange of the strange ness? Aber wenn sie fremd sind, ist es doch okay, dann kannst du in Wertschätzung wie ihre Fremdheit sein, in Fremdsein. And it's not about, you know, you don't have to love everyone, you don't have to honor everyone, but you have the capacity to be that. Also ihr müsst ja nicht alle wertschätzen, zwingt euch nicht alle wertzuschätzen und zu lieben und dankbar zu sein, aber ihr habt diese Fähigkeit, erkennt diese Fähigkeit an der Wertschätzung, des Respekts, der Dankbarkeit, des Seins, der Erlaubnis für alle. Ihr habt diese Fähigkeiten. Warum zum Teufel verwendet ihr diese Fähigkeiten nicht bei euch selbst? Because we all have the capacity to be that. But why the fuck don't we use this capacity for ourselves? Because we don't want to. weil man uns beigebracht hat, dass das nicht wichtig ist, dass das nicht notwendig ist, dass wir das nicht sollten, dass es nicht von dieser Realität ist. Niemand hat uns jemals gesagt, dass wir wertvoll sind. Nobody ever told us that we are valuable just because we are. Niemand hat uns gesagt, dass wir wertvoll sind, einfach nur, weil wir sind. Und ich glaube, das ist das große Ding, diese Selbstliebe und wie machen wir das? Wir müssen echt anerkennen. Und ich habe heute, die Doreen hat so ein kleines Video gepostet von Louise, wo sie darüber gesprochen hat. Einfach nur, wir sind wertvoll, weil wir sind. Und Doreen posted a video of Louise, where Louise really said that we judge you valuable just because we are. In the Bible they would say you're a child of God and so you're valuable. Und in der Bibel sagen die schon, du bist ein Kind Gottes und deswegen bist du wertvoll. You know, sometimes the kindest thing we can do for ourselves and for the person that's the idiot in front of us is to tell them to pass off. Is to? Tell them to pass off. Go away. Und das Freundlichste, das wir oft machen können mit Leuten, die uns gegenüber sind, ist zu sagen, geh weg. Also das Wort die Fähigkeit dazu haben, das hat mir gefehlt. Danke für diesen Input, das war wunderbar. Ja, okay. Because it says, okay, that was what was missing, that I said, you have the capacity to be it. You don't have to be it all the time. You just, you are that, you have the capacity. So, ihr müsst es nicht die ganze Zeit sein, aber seid euch bewusst, ihr habt die Fähigkeit und ihr seid es. So, was wird es brauchen für euch, diese Fähigkeit in Bezug auf euch anzuwenden? So, welche Ansichten anderer verwendet ihr? Welche Lügen verwendet ihr? Welche Vortäuschungen verwendet ihr, um nicht zu erkennen, wer ihr seid? Alles, was das ist, mein Gott, zu Jungen, wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umklären? Ja. Right, wrong, good, bad, put, on, nine, short, boys and beyonds. So, und Claudia, darf ich gerade noch mal, Claudia wartet, glaube ich, die ganze Zeit, um noch irgendwas richtig zu stellen. Kann das sein, Claudia, dass du irgendwas sagen wolltest, noch was in eine andere Richtung ging für dich? Ja und nein, also übrigens habe ich jetzt das Handheben erstmal rausgefunden, dass es geht. Ja, also eigentlich wollte ich zu Katrin noch was sagen, also mir hat unheimlich geholfen, dass Ego eigentlich aus dem Griechischen kommt und das heißt schlicht und ergreifend einfach nur Ego, nämlich ich, nicht mehr, nicht weniger und alles andere ist eigentlich eine Bedeutung, die wir dem Ganzen so gegeben hat, wenn man da auf den Ursprung zurückgeht, ist es dann schon gar nicht mehr so dramatisch. Ja, so that was a nice thing Claudia said, the ego, ego from the Greek just means I, ego means I and so, and there is another saying, ich denke, also bin ich, ja und I think ergo I am or so I am therefore I am I think therefore I am und das ist genau der Verstand, ja, ich denke, also bin ich von Descartes, das geht genau auf dieses Ego Dings aus dem Griechischen zurück, was ist das Ich, nämlich das, das denkt, so alles, was das ist, überall, wo wir uns definieren, als das, was denkt, wollen wir das und dann wollte ich noch ganz kurz was zu Katrin sagen, also ich habe das so verstanden, aus der Bibel heraus, wenn du dich, erst wenn du dich selbst liebst, also das hat eigentlich diese Bedeutung, liebe dich selbst und dann kannst du deinen anderen lieben und wenn du dich selber liebst, dann zieht man auch natürliche Grenzen, also das bedeutet eigentlich gar nicht so, dass man jenen jetzt lieb haben muss oder so, sondern es geht eigentlich in allererster Linie darum, sich selber zu lieben, also mir das mal erklärt werden. Also also in der Bibel, what it means, this sentence, is like love yourself, no matter what, and then, if you love yourself, you honor yourself, and you can have boundaries, not boundaries, but you can choose in Existence, like what we would say, we can choose for us, whatever works for us. So es geht darum, in der Existprache würden wir sagen, wertschätze dich und wähle für dich, was immer für dich funktioniert. And Claudia also said, you can only love other people when you love yourself. You can only receive love from others when you love yourself und du kannst du von anderen empfangen, wenn du dich selbst liebst. Und wir sind ja bei dem Wort Liebe, aber mach das nicht signifikant. Liebe ist dieses Ding, was tausend Bedeutungen und Definitionen hat. Hier geht es tatsächlich um Wertschätzung und Dankbarkeit und Erlaubnis. So we talk about love now, but we know that love has so many definitions. And what we talk about really is the honoring, the gratitude and the allowance. Ja. When you tell it for you, there is a flower on the face. You can't not honor other people. So, wenn ihr nicht dankbar seid und euch wertschätzt, könnt ihr nicht dankbar und wertschätzend für andere sein. And Katja wanted to say something. Ja, Katja. Ja, ich habe dauernd schon was im Kopf und hört ihr mich ja, ne? Erstmal, das Wort Liebe ist ja sowieso schon so furchtbar im Endeffekt. Das passt überhaupt gar nicht zu dem. Also, ihr könnt euch ja bestimmt allein so Situationen erinnern, wo wir dann so vor Erleichterung weinen müssen bei irgendwelchen Seminaren oder wenn man uns sagt, oder wenn der Greg uns den Arm nimmt einfach nur und wir wissen, wir sind einfach nur da und mehr brauchen wir nicht. Und das hat, da passt dieses Wort Selbstliebe überhaupt nicht, finde ich. Das ist einfach nur dieses Gefühl, oder dieses Gespür, ich bin jetzt einfach da und genau das reicht schon. Mehr brauche ich nicht und das ist alles, was wichtig ist. Und diese ganzen anderen Dinge sind ja nur Definitionen. Ich muss mich ja nicht lieben, weil ich so aussehe. Ich muss mich nicht lieben, weil ich dick oder dünn bin. Das ist doch alles wurscht. Also, ich muss mich, ja, sagen wir mal, ich muss mich anerkennen oder dankbar sein, weil ich bin. Und das ist einfach so ein, das ist gar nicht dieses himmelhoch jauchze Gefühl wie so verliebt sein, sondern das ist einfach dieses, dieser tiefe Frieden, den wir dann manchmal in dieser Situation empfinden, bei so Meditationen oder so, wo wir dann echt einfach anfangen zu heulen. Also mir geht das dann oft so, weil ich denke, eigentlich ist alles gut und ich bin auch gut. Und der ganze andere Scheiß ist nur Theorie oder Konzept oder wie man zu sein hat. oder so sehe ich dann. Genau, das ist auch genau das, was Luise eigentlich heute in diesem kurzen Videoclip gesagt hat, den du Rie gepostet hast. Wie Katja sagt, so, it's like all words and bullshit and definitions and stuff and what's really true people want us to do or be. It's just being ourselves and the value of that. Also es geht wirklich darum, einfach nur mir selbst zu sein und zu wissen, dass allein das der Wert ist. Das ist es, woran wir hier reden. Vicky wartet schon eine ganze Weile, glaube ich, um was zu sagen. Vickys iPhone. Ja, Vickys iPhone ist hier. Ich hatte nur eine kleine Geschichte. Ich bin ja relativ neu dabei bei Access und ich lerne jetzt mit Selbstliebe umzugehen oder sie für mich anzunehmen. Und ich hatte heute einen kleinen Vorfall an der Kasse im Supermarkt. Da stand ich an der Kasse und wollte meinen Wagen auf das Band legen, also den Inhalt des Wagens auf das Band legen und da kam schon die nächste Kunde, obwohl ich gerade erst angefangen hatte und legte ihre Sachen aufs Band. Und da stresste mich. Massiv stresste mich das, weil ich hatte noch den Wagen voll und die Sachen mussten ja aufs Band gelegt werden und sie legte schon aber ihre Sachen drauf und das Band rollte noch nicht. Also hatte ich schon gar keinen Platz mehr, meine Sachen drauf zu legen. Und normalerweise hätte ich mich jetzt umgedreht und hätte schnippisch irgendwas gesagt, lebe ich aber erst mal ruhig und dann habe ich gesagt, nee, dieser Stress, den will ich nicht für mich behalten. Ich muss den loslassen. Wie mache ich das jetzt aber, ohne dass ich jetzt unmöglich wirke, aber dass ich mir was Gutes tue, weil ich habe mir in dem Augenblick nichts Gutes getan, wenn ich diesen Stress bei mir behalten hätte. Also habe ich mich umgedreht, habe sie ganz nett angeguckt und habe gesagt, Entschuldigung, aber sie stressen mich gerade massiv. Und nichts weiter. Ich habe sie nur noch angeguckt und dann sagte sie zu mir, oh mein Gott, das tut mir leid, ich habe das nicht gesehen. Entschuldigung, ich habe das wirklich nicht gesehen. Ich war total, Entschuldigung, ich nehme meine Sachen, ich schiebe sie zurück, ich schiebe sie zurück. Und das hat sie dann gut gemacht. Ja. Und das war dann für mich dann in dem Augenblick, ich habe was Gutes für mich gemacht, ja. Ich war total happy. Ja, cool. Sehr gute Geschichte. Ja, genau. Das ist genau das Ding, ja. Wir können für uns wählen, ohne gegen jemand anderen zu wählen. Und das ist genau das, was du beschrieben hast. Danke, Vicky. Es ist nicht das andere Bewerten, es ist einfach nur zu sehen, was ist und einzufordern von uns, dass wir für uns stehen und es auch von anderen einzufordern. Ja. Diese Frau, du hast es nicht einmal einfordern müssen, du hast es mal von dir einfordern müssen und sie hat darauf reagiert. Und das ist genau das Ding, ja. Uns nicht kleiner machen, uns nicht zurücknehmen und das mit Liebe voller Energie tun. Das ist nichts, wo wir kämpfen müssen. Wenn wir wirklich gewillt sind, zu sehen, was uns wertschätzt, was uns ehrt und respektiert und was für uns funktioniert, handeln wir automatisch so, dass es uns nährt. Also super. Vielen, vielen Dank für das Beispiel. Das ist ganz cool. Fein. So, wir haben diesen spontanen Zoom genannt, Selbstliebe, wie zum Teufel geht das? Oder wie? So, wie? Fragt bitte nicht nach dem wie. Das wie bringt uns immer wieder in dieses Hamsterrad, in diese Endlosschleife, wo wir nach Gründen suchen, nach Methoden, nach Rechtfertigungen, sondern seid euch bitte einfach bewusst, dass ihr es wählen könnt und dass es eine Wahl ist, die ihr jeden Tag treffen müsst. Wähle ich jetzt für mich oder für andere? Wähle ich mich klein zu machen oder wähle ich zu sein, wer ich wahrhaftig bin? Wähle ich nachzugeben, weil ich gelernt habe, dass man damit am besten fährt? Oder wähle ich tatsächlich, ab jetzt auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nein, das ist es, was für mich funktioniert und das nicht. Und ich habe gerade mit Blanka vorhin noch geredet. Ich habe heute eine Freundin, hat mich heute besucht, die ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Oder nee, 20? 15, Jedenfalls zum ersten Mal wieder. Und das ist ein Powerhouse, die ihr Leben verändert und für sich wählt. Die macht die tollsten Dinge. Ich war wieder so inspiriert. Die hatten noch nie was von Access gehört. Die hatten noch nie was von irgendwelchen Büchern oder spirituellen Wegen gehört oder Modalitäten. Die weiß einfach, wer sie ist. Die arbeitet sich den Arsch auf für andere und sorgt für alle anderen, aber sie sorgt auch für sich. So alles, was euch nicht erlaubt, für euch zu sorgen, an allererster Stelle und damit die Abenteuer zu erleben, die ihr wählen könntet und die möglich sind. Wollen wir das bitte jetzt loslassen, verstanden und umführen? Yes. Right, wrong, good day, pocket part, oh nein, boys, shorts and beyond. Und es gibt nie das Entweder-Oder. Ihr könnt das Näherende sein, das Fürsorgliche für alle anderen und für euch. Ihr müsst euch nicht abgrenzen, ihr müsst euch nicht eure Fähigkeiten der Fürsorge berauben, wenn ihr wählt, für euch an erster Stelle zu stehen. und ihr könnt trotzdem noch gleichzeitig ein Beitrag für so viele sein. Und der Moment, wo ihr erkennt, dass ihr diese Fähigkeit habt, die Fürsorge zu sein für euch, für alle anderen und für den Planeten, das könnte der Moment sein, wo ihr wirklich beginnt, euch zu schätzen. So alles, was euch nicht erlaubt, anzukennen, welche Powerhäuser ihr seid, welche Macht ihr habt, wenn ihr es nur wählen würdet, wollt ihr das bitte jetzt zerstellen und sehen. Right, wrong, good, bad, poppen, pardon, nein, wo schossen wir uns? Cool. Also, eben schossen, eben schossen es mir nochmal durch den Kopf, dieser Moment, wo ich meine Kinder geboren habe, was, dass da auch so ein Programm plötzlich wirklich von seiner eigenen Liebe wegzugehen in das Kind und das eben irgendwo auch größer zu machen. Also, das darf echt jede Mutter auch, oder ich habe es auf jeden Fall eben so, so, als du gesagt hast, was für mich funktioniert, eben auch mal im Kontext mit Selbstliebe zu sehen, dass ich, nein, man sagt ja auch aus Liebe Nein sagen, aber dass ich meine Kinder nicht mehr lieben muss als mich, also das bringt eine ziemliche Lade hoch. Ja, danke und das kennen wir glaube ich alle, also ich zumindest kenne es sehr gut als Mutter, ich weiß noch, ich kann fast spüren noch den Moment, wo ich aufgegeben habe, mein Leben und ich selbst zu sein zugunsten der Kinder. So, alles was das ist und alles was damit hochkommt, wollen wir das bitte jetzt zerstören und umqueren? Yes, war ein Wettkampf und war ein Wettkampf wie Angst. Ja, so was für den Dankbewerb für euch, all eure Wahlen und gleichzeitig anerkennen könntet, dass ihr jederzeit eine andere Wahl habt, eine andere Wahl. Ja, so Selbstliebe könnte darin bestehen, dass ihr wirklich auf euch zuerst schaut und euch anerkennt für all das, was ihr bisher getan habt in der Vergangenheit, was euch hierher geführt hat und anerkennt, dass nichts an euch falsch ist und wenn etwas falsch wäre an euch, boah, was wäre das dann für ein komisches Universum? Ja, und alle Lügen, die ihr abgekauft habt aus dieser Realität, dass es möglich ist, dass ihr falsch seid, dass ihr verkehrt seid, dass ihr zu wenig seid. Hört ihr die bitte alle jetzt loslassen, das können wir uns in eine Ewigkeit. Ja. Right, John, goodbye, mein Schatz, bei uns. Danke, Greg. Ja, cool. Ich danke euch alle, dass ihr heute da wart. Es war uns ein Fest und es war uns ein Bedürfnis und lasst uns alle nochmal an Jolietz denken, dankbar sein, die Känsehaut spüren, wie gerade rauf und runter läuft und bitte wisst, dass ihr genauso wisst wie sie, dass es nur eine Wahl ist, das in die Welt zu bringen oder nicht. Cool. Blanca und ich, wir quatschen morgen weiter über näherende Energien für uns und für andere. Das passt wieder perfekt. auf WDV oben einmal The Need to Feed. Den Zoom haben wir morgen. So, wenn ihr weiter über all das reden wollt, herzlich willkommen. Ansonsten, habt noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr da wart und ich hoffe, wir sehen uns demnächst irgendwann irgendwo. Danke, dass so viele Sprecher gekommen sind. Danke, Gabi. Danke und allen. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke. Schönen Abend an alle. Tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss. 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 Tschüss.